Das Spiel ist trotzdem geil, egal was alle sagen. Das ist voll krass das Spiel. So, eine Blume, die hole ich mir. So, hier rüber, da rüber, da hoch, da hoch und da hoch. Oh, Moment, da runter, ich will da runter. Guck mal. Bam, 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 bam. Juhu. Weg. Da gibt's Münzen. Komm schon. Yay. Münzen gehen immer. Komm schon. Ah, komm ich auch so hoch, alles klar. Zack, 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 zack. So, jetzt noch die Steine hier wegballern und dann sind die auch schon durch. Und hier wartet sogar noch ein Leben auf mich. Das ist ja sehr erfreulich. Ich fall hier einfach mal runter. Gucken, was hier unten ist. Genau nichts. Ich muss nur warten, bis die Kettensiege wieder wettelst. Und hier ist es auch nicht wie bei anderen, oh, fuck you. Mario spielen, ähm, da sammelt man ja 100 Münzen und kriegt dann ein extra Leben. Scheiße, ich bin wieder runtergefallen. Hier ist es halt so, dass man sich im Shop was kaufen kann, aber ein Lebensproblem hat man hier, finde ich eh nie. Ich fliege mal ne Runde, fliege hier durch die Münzen. Das ist mir zu gefährlich, ich hab keinen Bock hier zu sterben. Und hier ist auch gleich die Klingel. So. Yo. Hell yeah. Ich brauch nur Leben. Ah, ein Leben reicht. Oh, Pilze gibt's auch. Ah, what up. Weiter geht's in den Bau von Mario. Oh, nein, ich erinnere mich. Das Blubberblasen-Level mit diesem Kanonenschwein. Ich kann nur Schweine, what the fuck. Ich überfliege euch einfach so, weil ich es kann. Ich brauche hier nicht. Nichts, ich will nur weiter. Ich bin super smart. Nein, 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 das war super dumm. Oh, nein, das war super smart. Alles klar. Gefährlichstes, äh, Dings. Aus dem Weg. Ich bin die ganze Zeit schon am Nachdenken, da ich wahrscheinlich mit dem Run hier schneller durch bin als mit... Uh, ein Pilz. Ähm, na toll. Jetzt mit, ähm, dem Run von vor ein paar Jahren, ich glaub ein Jahr ist es nur ja, werd ich möglicherweise... Geh, weg, da ist mein Ball. Ähm, das Video an der Stelle wenden, wo ich mit meinem Let's Play hier fertig bin. Und einfach drauf scheißen, wie lange das Let's Play von meinem damaligen Ich noch geht. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht lass ich auch einfach weiterlaufen. Man stürzt sich ja nicht dran. Und, ding, ding, ding. Level geschafft. Hell yeah. Oh, das Spiel kenn ich. Herzchen will ich. Ach, nö. Kriegt man einen Pilz. Hab ich doch schon. Und in den Mund. Direkt. In den Mund. Zack, zack. Oh, was bist du da für einer? Ein Spielzeug, Mann. WTF, ein Clown? Leck mich am Arsch. Ich spiel zur Kanone. Oh nein. Das hier. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum dum dum. Ich spring runter. Und auf das nächste drauf. Yay. What the line. Oh fuck it. Hat sich voll nicht gelohnt. Deckung. Deckungssprung. Geht immer mal rein. Die Kanone ist außer Sichtweite. Das dürfte mich nicht mehr treffen. Oh, da toll, noch eine Kanone. Ihr kriegt's mich nicht. Diesen Schweine. Oh, ducken, 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 ducken. Und ja, ich denke. Super Mario Land wird nicht das einzige Spiel sein. Let's replay. Wow. Sondern der wird auf jeden Fall noch. Oh, komm, fick dich. Wird auf jeden Fall noch. Keine Fantasy 1 folgen. Und, ähm, Dragon Ball Advanced Adventure. What the hell. Okay, kann ich umlang gehen. Und diesmal aber, also zumindest bei Dragon Ball Advanced Adventure auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Letztes Mal hat mich ja den Pussy Mode gewählt. So, wie ich das immer gerne mache. Aber dieses Mal werde ich dann wahrscheinlich schon den... Ähm, what the fuck. Den, wow. Ähm, einen normalen Modus wählen. Reicht ja auch. Völlig aus. Goal. Hell yeah. Mal gucken, was könnte ich denn gebrauchen für den Bosskampf. Ich würde sagen, eine Blume macht sich ganz gut. Aber Leben sind auch nicht schlecht. Du, 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 du. Und in den Kopf. Schauen wir doch mal, was im Aliens Gehirn ist. Ah, Legosteine. Alles klar. Warum? Wundert mich das jetzt nicht? Und ich kann mich erinnern, dass ich hier... ...in diesem Level ein paar Mal verreckt bin. In meinem ersten Durchlauf. Du, 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 du. Äh, ihr kriegt mich nicht. Ihr tut das wünschen. Hoppi, hoppi, hoppi. Hoppi. Du, 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 du. Er hat keine Chance. Wow, 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 Mr. Goomba. Excuse, excuse, Mr. Goomba. Bitte verstehen Sie. Ich muss das Klambutte Klo reparieren. Ich bin doch nur ein Italiano Klempner. Ja, ich glaube, ähm, Peach ist gar nicht, äh, der eigentliche Zweck von Mario. Reise, der will eigentlich nur, äh, der wurde engagiert, um ihr Klo zu reparieren. Aber, äh, Peach wurde entführt und Mario dachte sich, naja, Mensch, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich mal die süße Zuckerschnudel da retten. What the fuck? Scheiß auf das Geld, man. Wer braucht das Geld? Braucht das Geld nicht. Ich bin Mario. Ich bin eine Klempner, ich verdiene mit ehrlich zu arbeiten, meine Gelder. So, und rein. Bosskampf. Ich weiß, was passiert. Die Schweine springen aus ihren Häusern, drehen sich immer schneller. Und springen auch. Oh, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. 1 down. 2 down. 2 down. Beziehungsweise. Da, 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 da. Das zweite. Und. Was? Once! Springst du hin? Oh, du sprichst ganz hoch. Du bist ein ganz cooler. Du ist ganz cooler! Haha! Was, wenn ja? Oh, sweet! Lach, wirst ich這樣! Deine seit dran! Verdammte Scheiß. Scheiß, Kopf Mann! We sind jetzt gleich bei dem Boss. Wartere, wir sind jetzt gleich bei den Bossen wieder. komm herz wie die ich meine die jahre die jahre und super easy der jumbo dringend 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 oh man ah yes sweet oh man das fand ich gut sweet komm schon einmal noch sweet 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 Busser Down Mannenzug Golden Coin Die Mario Minze Fehlten noch 4 So, dann gehe ich mal ins Hexenhaus nach gruselhausen die papp kinder ist doch so cool ja spaß und hier gibt es ganz viele tote unter ein pfeil für mich münzen münzen hier gibt es nur münzen nichts anderes oder hier gibt es flieger münzen hier hoch werden die frische luft dankeschön was die geist ist zu mir doch das dachte ich mir das ist passiert da ist eine scheiße münze drin gewesen ein leben da war nichts gutes ist klar ich verschwinde wieder macht's gut jetzt rote die europäische die zurecht nein anzeigen dort schlachten stattdessen schlachten die bewerber schießt reise aufpassen vorsicht das ist doch gefährlich ihr könntet jemanden verletzen wo oder dracula dracula ist dracula aber dracula macht super mario nix aus wir haben trotzdem die obere blöcke erwischt und ich suche mir jetzt ein schönes item aus darauf freue ich mich ahaha ich bin mir nicht Level 2 Oh Sweet Zack und weg Na komm Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück, weil ich kein Bock Oh, der Zyklop kann ich aber auch machen. Hier komm, Zyklop, ich jump mal über dich. Der Checkpoint wurde erreicht. Ich geh nach unten ins Wasser rein. Schwimme, schwimme. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen! Pilz, alles da. Ghostbusters! Da ist nix, da ist ein Leben. Verpisst euch, ihr Geister. Ich komm hier sowieso durch. Aha, ihr habt keine Chance. Oh, sweet as hell. Yay! Einmal fliegen, bitte. Die Zungen tun mir weh, wenn ich sie rühre. Würde ich sagen. Erhöhlt sich damit eigentlich auch unsere Sprungweite, beziehungsweise Höhe. Ich weiß es nicht. Ach komm. Zungen of Doom. Wie weg, du panischer Fisch. Der sieht echt aus, jetzt hätte er irgendwas. What the fuck. Irgendwas. Ja, weiß man nicht. Der sieht irgendwie panisch aus. Oh, da ist was hier und ich komm nicht oben ran. Verdammt! Level 3 ist ein... Be-Dim, b-b-b-b-b-b-b. Be-Dim, 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 be-dim. Be-Dim, 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 be-Dim. Es zu mehr, Goomba! Ich wollte dich nicht töten! Kann ich auf deinen Kopf springen? Wahrscheinlich nicht. Deswegen weich ich einfach aus. Geht's da rein? Nein, da rein, nein. Da rein, nein, da rein, nein. Ich sag doch, ich kann nicht auf seinen Kopf springen. Warum versuche ich's trotzdem? Ich weiß es nicht, warum? Oh, da oben ist ein Fliegerding. Ach komm, Goomba. Hau auf, es tut mir leid, dass ich dich getötet habe. Verschwinde, elender Grache-Geist. Ihr Geist, da kommt nicht an mich ran. Ich frag mich außerdem, warum sie Wario da etabliert haben als Feind von Mario. Weil sonst, die hatten ja schon einen Browser. Vielleicht wollten sie selber was Neues auswählen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja. Ja. launches